jetzt stehen so sie machen mal ihr fahrzeug auf waffe weg sie sind vorläufig festgenommen wegen illegalen waffenbesitz die verwendung von waffen in städten ist verboten ebenfalls sind sie im besitz einer illegalen waffe sie sind vorläufig festgenommen alles was sie sagen kann und wird im gericht gegen sie verwendet sie haben das recht zu schweigen sie haben ebenfalls das recht auf rechtsbeistand sie dürfen sie trotzdem nicht in die hand haben haben seinen waffenschein ich werde kurz bei der waffenbehörde nachfragen kawala markplatz waffenbehörde kommen ist ein waffen ist ein waffenschein für ice am stil vorhanden kommen okay verstanden sie haben noch niemand waffenschein ich glaube sie müssen in die strafanstalt was parken sie jetzt ja nicht mitten auf der straße ein bisschen deckung geben sie können mal ihr fahrzeug um rechts an die seite fahren wenn sie hier noch weiter stehen möchten aber stellen das nicht auf die falsche fahrbahn sie haben schon mal keine drogen dabei dass das schon mal was also kann die scheiß mauer da oben fahren dass sie bekloppt sie kann eigentlich die mauer da noch umfahren so da hören sie mir jetzt zu ich werde jetzt die anzeige schreiben will egal im waffenbesitz waffenbesitz ohne führerschein nicht richtig parken die sagt beschädigungen die fachbeschädigung geschweiflich er aber was für mein zeug in dem auto da und gefällt mir werglas abschiebt und das mache ich auch noch mal die tippe an die schloss wird sein ich komme wir uns mal drauf ich habe das kann ich war das ist unser Verhältnis der waffe ich werde hier gerade ausgeraubt hey 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 ich bin jetzt vertreten mal kurz ich wünschte ausgeraubt auf der in der waffe das müssen sie sehen user disconnected zu tun aber hätten da drinnen in meinem Schiff was soll der Mist was soll der Mist Herr Officer, er schreibt gerade den Chat auf der Fasskopf hacken in welchen Chat schreibt ihr das an? in diesen Zeit-Chat, den können sie leider nicht nehmen ja, den kennen sie ja nicht das können nur Leute schreiben, die nicht da sie jetzt vor der Polizei geflohen sind und sich offiziell gegen meine Maßnahmen gewehrt haben werde ich sie jetzt in die Strafanstalt einweisen klar kann ich klar kann ich das können sie jetzt von den Typen hier weg gehen, ansonsten werde ich sie alle festnehmen gehen sie jetzt hier weg alle ansonsten werde ich sie nacheinander festnehmen nein habe ich nicht nein ja da kann ich ja rüberspringen das lernt man bei der Polizeiausbildung ja einfach so rüberspringen ja sie sind durch die Mauer sie wissen doch wo ich bin ja kommen sie mal runter gut wird ich habe die 企iro war wof wof nicht auf du wie Ich bin gerade komplett developed.